Hallo und herzlich willkommen bei Wetter.net beim WebTV. Heute möchte ich Ihnen auf unserer neu relaunchten Seite www.wetter.net einmal den Punkt aktuell näher bringen. Diesen Punkt aktuell, den finden Sie relativ weit oben links in unserem Auswahlmenü und er beginnt mit dem Wetter-Live-Ticker. Dieser Wetter-Live-Ticker, den füllen wir immer dann, wenn es etwas Spannendes rund um Wetter und Klima zu berichten gibt. Beispielsweise, wenn gerade auf New York ein Hurricane zurast oder eben, wenn sich Deutschland eine Unwetterfront nähert. Daneben finden Sie unsere aktuell natürlich auch unsere beliebten Wetter-News. Die ersten drei werden dabei immer angeteasert und hier unten finden Sie direkt das Wetter-News-Archiv. Dazu gehören natürlich auch die aktuellen Wetterwarnungen. Die sind sehr wichtig, vor allen Dingen im Sommer, wenn starke Unwetter auf uns heranziehen. Nochmal die Farbabstufungen. Wenn die Karte gelb gefärbt wird, dann reden wir von normalen Wetterwarnungen. Orange, dann wird es schon etwas kritischer, dann können erste Gewitter dabei sein. Wenn es allerdings rot und violett wird, dann drohen starke Unwetter und spätestens dann sollten Sie wirklich Vorsichtsmaßnahmen treffen. Sie können die Wetterwarnungen jeweils nach einem Bundesland oder eben nach Ihrem Landkreis bzw. Kfz-Kennzeichen auswählen. Im Bereich aktuell finden Sie auch unser Wetter-TV. Hier werden wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten immer wieder gute Beiträge zeigen zum Deutschlandwetter, zum Wetter. Was aktuell wichtig ist, was passiert, wo Unwetter auftreten. Hier werden wir das Ganze filmisch aufbereiten und auch nachbereiten. Zum Schluss noch, auch im Bereich aktuell zu finden, einen Link auf unsere Profikarten. Sie sehen es hier, ziemlich undurchsichtige Karten für den Laien. Das ist dann doch etwas eher für Hobby-Meterologen. Hier können sich quasi Ihre Prognosen selbst erstellen. Ja, und soweit zum Bereich aktuell. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.